Panini-Bilder tauschen und ins Album einkleben, in Erding war das am Donnerstag möglich. Organisiert vom Dorfner und Erdinger Anzeiger kamen am 5. Juni ältere und jüngere Sammler zusammen, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen. Unter den Arkaden des Pressehauses wurde von 14 bis 17 Uhr fleißig getauscht, ein einmaliger Pflichttermin für alle Panini-Sammelfans. Untertitelung des ZDF, 2020